So, hier sind wir gerade inmitten einer neuen Truppe aus Ruvinari. Gerade frisch angekommen. Eine Mädels-Truppe hier. Hä? Ja. Ganz schön aufregend alles, ne? Und ganz schön warm heute alles. Hallo! Wo ist denn das schickte Mädchen hier? Mit den großen Ofen. Du hast gerade schon ein Bällchen durch die Gartengegend. Gartengegend war heute warm. Sehr gut. Getragen, ne? Du fandest es schon witzig hier, ne? Hier. Nettes Bienchen. Nettes Bienchen. Und du bist ein bisschen vorsichtiger, ne? Ja. Ein bisschen vorsichtiger bist du, ne? Aber auch ganz nett. Komm dir mal den Rüssel da weg. Du warst doch gerade schon dran. Kein Hasenschalter. Bestimmt mal irgendwie ein altes Mäckchen gewesen, ne? Oh. Mädchen. Alles gut. So viel will ich gar nicht. Nein. So viel will ich gar nicht. Schnicki. Alles super. Alles super. Jetzt bringe ich euch erst noch mal eine Runde neu ins frisches Wasser, ne? Ihr habt das schon gut Gas gegeben. Alles noch. Und dann ist Ruhe. Ruhe im Karton. Ruhe im Karton. Himmel fort. Ja. Und das ist quasi das andere Trüppchen. Hallo. Hallo. Wissen du nett ist, ne? Ja. Ich komme jetzt aber gar nicht mehr bei dir rein. Nein. Bei deinen beiden Freundinnen, die mich ganz ängstlich sind. Hör mal. Rondanna. Ja. Und die lassen wir jetzt erst mal zur Ruhe kommen. Machen wir am Morgen. Ne? Sagen wir uns richtig hallo. Okay? Juhu. Randale. Puppi Randale. Juhu. Hier kommt mal schnell hier rum. Hier kommt mal schnell hier rum. Ja. Ja. Lolo. Lolo. Nehmen wir zwei mit. Die auch gerade. Gut, bis sie gehen. Aber jetzt kommt sie uns. Ne? Die auch gerade. Ja, 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 ja. Angekommen sind. Ne? Das ist mein Ernst, das ist die Symphonie mit allem. Jetzt machen wir erstmal höher. Ja? Ja.